Okay, meine Lieben, willkommen zurück zu Let's Play Steep. Versuchen wir jetzt also im Austertal den Rest noch irgendwie zusammen zu kollektivieren und dann natürlich... Bam! Freestyler mit einem Tarnbaum. Äh, ja. Die Uplay-Punkte zu ergattern, indem wir doch das ein oder andere noch entdecken. Womit fangen wir an? Erst einmal hiermit... Extreme Rider. Oh ja, das wird man hier garantiert sein. Das ist alles schwer. Hör auf, rumzuheulen. Wir versuchen einfach bloß erstmal in die Ziellinie zu kommen. Das ist schon schwer genug. Okay, nur ins Ziel reicht nicht. Wir müssen tatsächlich schon Stunts machen. Sonst haben wir verloren. Wow, und wir haben hier schon verloren. Weil wir extrem schlecht sind. So schwer bin ich nicht mehr geschlüsselt, seit ich angefangen habe. Okay, vielleicht sollte ich den ersten Berg nicht springen. Also hier schon, aber... Dann das, was hier jetzt kommt. So, das sieht nämlich sehr gefährlich aus. Oh. Aha, Dreck. Ist nah genug, um eine Dropzone freizuschalten. Das glaube ich nicht. Ach, Dreck. 1700 Punkte. Wir brauchen schon 1500 für eine Bronze-Medaille. Autsch. Ja, das tat B. Uh, das wird extrem schwer. Was wir hier tun. Okay, 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 okay. Ganz ruhig. Wir müssen hier am besten einmal hochspringen. Oder auch nicht. Ich habe gerade gesehen, das geht sonst ziemlich weit ab. Aua, außerdem sind hier Berge in der Nähe. Ja, okay, wir sind im Tiroler Land. Äh, beziehungsweise überhaupt in den Alpen. Da sind überall Berge. Komm, schau. Wir müssen einfach bloß mal unten ankommen, denn dann hätten wir die Hälfte schon geschafft. Da, guckt euch das an. Wir kriegen schon Punkte allein dadurch, dass wir überhaupt runterfahren. Und daher... Aua. Indie, ja. Ich fühle mich auch wie ein Indianer. Oh, oh. Oh, 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 oh. Das sieht nicht gut aus. Ich wünschte, wir würden wenigstens irgendwie unten ankommen, aber... Irgendwie ist eben nicht heil. Wie kommt man denn da heil runter? Das würde mich jetzt mal interessieren. Hopp. Wäre schön gewesen. Wäre auch gut angekommen. Wären wir gut angekommen. Ja, voll gegen die Steine gehen. Wir müssen irgendwie auf Schnee landen. Sonst haben wir keine Chance. Oh, nein, 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 nein. Oh, oh. Au. Ach. Überall diese Berglandschaft. Ich weiß nicht, wie ich das schaffen soll. Mann, nein. Das war ein absolut stylischer Mörder-Sprung. Absolut. Und ströser Sprung. Und K.O. Oh, sonst hätte ich die Punkte noch bekommen. Shit, 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 shit. Ach, schade. Ich muss irgendwie mal bremsen. Oh, was war das denn? Das war doch kein Sprung, war das nicht? Das ist denn jetzt schon wieder hinter mir. Ja, biselt euch. Wollen wir Schnee? Ja, monströser Sprung von 60 Metern. Wenn ich die Punkte wenigstens gut geschrieben bekommen würde, wäre das alles gar kein Problem. Ich kriege lauter Extrempunkte. Das bringt mir bloß nichts, solange ich nicht heil unten ankomme. Oh, nein, nein, nein. Das war einer für die Gegend. Ja. Ich weiß nicht. Ich brauche so viel Schwung, dass ich bis nach ganz hinten fliege. Und das kriege ich nicht hin. Komm schon. Gib mir was. Gib mir, gib mir Punkte. Ah, es war schon besser. Ich glaube, ich gehe doch hinten rum. Es scheint besser zu sein. Ja. Was war das jetzt? Nüscht. So wie vieles, was du hier machst. Ganz ruhig. Du hättest nur noch ankommen müssen. Dreck, verdammter. Ich muss nur irgendwie runterkommen. Heil runterkommen. Und dabei überleben. Ich will mal irgendwie bremsen. Wenn ich einen schönen Sprung hinter mir habe, einfach mal bremsen. Dreck. Oh, hopp. Au. X und hopp. Oh, hopp. Oh Gott, ich lebe noch. Ich habe gelebt. Ich glaube, unten anzukommen reicht, um eine Medaille zu bekommen. Ach. Nein. Das an dem Stein immer stirbt, ist furchtbar. Nein. 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 Ganz ruhig. Wir schaffen das. Wir schaffen das. Wir schaffen das. Mördersprung. Ich weiß. Monströser Sprung von 60 Metern. Au. Ich habe es gesehen. Ich habe es gesehen. Ich habe den in einem Berg kommen sehen. Ganz ruhig. Wir fahren einfach mal so runter. Okay. Vielleicht sollte ich auch einfach nur langsam runterfahren. Ja. Kommt auch gut. Nee, komm nicht gut. So, hier jetzt abbremsen. Um dagegen zu fahren. Nee, das hatte ich eigentlich nicht vor. Es müsste doch irgendeine Ausweichmöglichkeit geben, oder was? Hier lang zum Beispiel. Ja, aber es passiert komischerweise mit mir. Oh Gott. Ja, es hat sich richtig scheiße angefühlt. Weil wir mal wieder nicht gelandet sind. Ja. Da. Und hätte ich nicht abgedreht, hätten wir es wahrscheinlich geschafft. Scheiße. Jetzt habe ich den Fehler bei mir gesehen. Das ist nicht schlimm. Ich habe meine 3000 Punkte. Und ich bin nicht K.O. Ach Gott. Ein Glück. Okay, Silber. Puh. Das war knapp. Und jetzt können wir von hier aus sogar noch die Dropzones freischalten. Also gut. Äh. Nee, warte. Zurück zu mir. Ja gut, neuer Versuch. Ist egal. Einfach mal auf dieser Höhe stehen bleiben. Genau. Rutsch mal runter. Da vorne muss ich hin. So, die sehen wir doch schon. Hab dich. Verdammt. Ich bin noch zu weit weg. Ich muss unbedingt noch näher ran. Nicht mehr lange. Erst mal hier hin. Und dann. Cool. Was für eine geile Location. Was ich da wohl für Lines fahren kann. Wunderschöne Lines kannst du dort ziehen. Jetzt gehen wir aber erst mal zum Extreme Rider hier unten. Ja. Wir machen eins nach dem anderen. Es wird Nacht. Oh mein Gott. Wer stellt mich denn auch ganz oben ab? Was ist denn das? Auf geht's. Interessanter Ort freigeschaltet. Floris Canyon. Na denn, Flori. Zeig mir mal, wie schön dein Canyon sein kann. Oh Gott. Du bist doch nur ein bisschen gegen deinen Stein gekommen. Das war doch nicht doll. Das wäre schon weitaus schlimmer ausgegangen. Ey. Komm. Stell dich nicht an. Okay. Wir fahren langsam. Okay. Wir fahren langsam. Das hatte ich gar nicht erst vor. Aber nett, dass du es gemacht hast. Jetzt fahr weiter. Da fährt nämlich gerade die Goldmedaille an uns vorbei. Komm schon. ganz ruhig. Ganz ruhig. Uh. Nicht gut. Gar nicht gut. Steh auf. Steh auf. Steh auf. Steh auf. Steh auf. Auf. Ich hasse. Ich hasse sowas. Und sowas hasse ich auch. Warum stellt man einen denn da oben ab? Ich weiß. Das ist wahrscheinlich nicht beabsichtigt worden. Es ist einfach bloß kaputt. Verbugged. Wie auch immer man das nennen möchte. Okay. Und hab. Wir sind außen rum. Ist nicht schlimm. Weiter geht das Leben. Okay. Steh auf. Ja, du kannst auch noch so tun, als wärst du verletzt. Aber trotzdem schön, wenn du jetzt aufstehst. Ach Gott. Da fahren sie. Okay, Silber haben wir schon mal. Spitzenarbeit, mein Lieber. Spitzenarbeit. Mehr brauche ich nicht. Puh. Ja, es ist ganz schön hart. Oh. Äh. Da ist ne Dropzone. Nee, nicht neuer Versuch. Äh. Na gut. Fahren wir nochmal runter, um die Dropzone zu kriegen. Eventuell kriegen wir dadurch auch die Goldmedaille. Schubidu. Schubidu. Ich bin so schön wie Joky. Okay, ganz ruhig. Ja. Ist okay. Guck mal, Gold ist auch noch hier. Es ist auch nur noch Gold übrig. Die anderen haben wir alle eingeholt. Ja. 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 Ja.